Hi Leute, seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus, unseres einzigen Herrn und Erlösers und wahren Gottes, der für uns sein Leben am Kreuz geopfert hat, damit unsere Schuld gesühnt und unsere Sünden vergeben werden können und damit wir vor dem ewigen Tod gerettet werden können. Denn wir sind alle Sünder, wie es die Bibel sagt, Römer Kapitel 3, Verse 10 und 23. Es gibt keinen, der ohne Sünde ist, nicht einen, denn alle sündigen und ermangelnden Herrlichkeit Gottes. Daher können wir nur durch das unschuldig vergossene Blut Jesus Christus vor dem ewigen Tod gerettet werden. Denn der Preis für unsere Sünde ist der Tod, Römer 6, 23, den der Herr Jesus Christus an unserer Stelle am Kreuz für uns bezahlt hat, damit wir leben können. Bekennt euch daher zum Herrn Jesus Christus, denn es ist in keinem anderen das Heil, nicht in Mohammed, nicht Allah, nicht Buddha, nicht Krishna, nicht Konfuzius. Sie sind alle tot, nur der Herr Jesus Christus lebt und herrscht über alles, Himmel und Erde, denn es ist ihm alle Macht vom Vater gegeben. Wir können nur durch ihn gerettet werden, denn es ist uns kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden können. Apostelgeschichte 4, 12. Ich möchte euch hier ein Update des Berichts über die Veränderungen in der Sonne geben, denn es haben sich seit der Aufnahme für das letzte Video, das war Mitte April, weitere Änderungen in der Sonne ergeben. Wir folgen damit den Anweisungen Jesus, der sagte, seid wachsam und betet, denn ihr wisst nicht, wann es die Zeit ist, Markus 13, 33, und beobachtet die Zeichen der Zeit. Könnt ihr nicht die Zeichen dieser Zeit erkennen, Lukas 12, 56? Denn er hat uns die Zeichen der Endzeit vorhergesagt, damit wir sie erkennen. Er sagte, kurz vor seiner Wiederkunft wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird seinen Schein verlieren. Schon Jahrhunderte vorher sprach der Herr zum Propheten Joel. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Genau das können wir in der Sonne zur Zeit beobachten. Sie verfinstert sich. Daher wird sie von einer künstlichen Lichtquelle, die sich vor der Sonne in Erdnähe befindet, verstärkt. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie schwach die echte Sonne ist. Wenn ihr nicht wisst, was zur Zeit mit der Sonne geschieht und wie die künstliche Lichtquelle funktioniert und eingesetzt wird, empfehle ich euch, dieses andere Video zuerst anzusehen. Ich blende euch den Link zu diesem Video jetzt hier ein. In dem anderen Video hatten wir gesehen, dass die echte Sonne viel größer als die künstliche Sonne ist. Denn die künstliche Sonne, die eine künstliche Lichtquelle ist und so positioniert ist, dass sie sich vor der echten Sonne befindet, können wir ganz einfach mit einer dünnen Stange oder einem kleinen Schlüssel vollständig abdecken. Und dann können wir dahinter die echte Sonne sehen, die viel größer ist, aber eben auch viel schwächer. Ohne die künstliche Sonne gäbe es kein Tageslicht auf der Erde, da sich die echte Sonne phasenweise hinter einem kosmischen Nebel befindet und von ihm zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger stark abgedeckt wird. Dieser Nebel gehört zu einem Planetensystem, das sich ganz nah bei der Erde befindet und das wir in unserem Himmel nicht sehen können, weil es eine Projektortechnologie gibt, die diese Himmelskörper abdeckt und die Sonne simuliert. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie die echte Sonne sich in kürzester Zeit, nämlich über einen einzigen Tag oder über wenige Tage hinweg, dramatisch in der Größe verändert, beziehungsweise ganz verschwindet und nur die künstliche Sonne noch am Himmel ist. Denn die Sonne schrumpft zeitweise sehr stark, etwa auf ein Viertel oder ein Fünftel ihrer tatsächlichen Größe. In dieser Aufnahme aus Ende Mai 2019 ist die echte Sonne, wenn wir die künstliche Sonne abdecken, praktisch nicht mehr zu sehen. Bevor jetzt jemand sagt, das kann man nicht gut vergleichen, wenn ich es mit dem Finger abdecke, hier ist auch nochmal eine Aufnahme der kleinen Sonne, wenn die künstliche Sonne mit einem schmalen Schlüssel abgedeckt wird. Ich verwende hier den Schlüssel, um einen exakten Vergleichsmaßstab zu haben. Wenn wir uns die Sonne aus den verschiedenen Zeitperioden im direkten Vergleich ansehen werden gleich. Das werden wir gleich sehen und es wird auch euch die Nackenhaare aufstellen lassen, wenn ihr seht, welche enormen Veränderungen in der Sonne vor sich gehen. Dies ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir uns in den letzten Tagen der Endzeit befinden und das Ende der Zeit kurz bevor steht. Diese Aufnahme hier ist vom 29.05.2019, 10.53 Uhr. Seht ihr, wie winzig die Sonne ist? Die künstliche Sonne können wir wieder mit einem kleinen Schlüssel abdecken und die echte Sonne, die wir jetzt dahinter sehen, wenn die künstliche Sonne abgedeckt ist, sie ist winzig. So klein ist die echte Sonne aber niemals. Hier gleich anschließend sehen wir jetzt die Sonne am selben Tag, aber nachmittags um 15.31 Uhr. Auch hier ist die Sonne noch winzig, aber sie ist etwas größer. Wir werden das gleich im Vergleich sehen. Und hier wiederum am selben Tag, aber jetzt abends um 18.32 Uhr. Auch hier ist die Sonne wieder gegenüber dem Nachmittag etwas größer geworden. Ich habe jetzt diese drei Aufnahmen nebeneinander gestellt und wir können jetzt schön sehen, dass die Sonne über den Tag hinweg größer geworden ist. Sie ist in der Größe angewachsen. Am Morgen war sie noch winzig, während sie am Abend um einiges größer war. Aber auch dies ist nicht die wirkliche Größe, denn die echte Sonne ist viel größer, wie der Vergleich mit einer früheren Aufnahme hier beweist. In der Mitte sehen wir jetzt das Bild der Sonne vom 29.05.2019. Wie wir es auch gerade schon gesehen haben. Links sehen wir die Sonne vom 15.05., also zwei Wochen vorher. Die Sonne ist also innerhalb von 14 Tagen dramatisch in ihrer Größe geschrumpft. Wir müssen immer im Gedächtnis behalten. Wir sehen die echte Sonne, wenn die künstliche Sonne abgedeckt wird. Die künstliche Sonne können wir eben ganz leicht mit einem schmalen Schlüssel abdecken, da sie ganz klein ist. Sie simuliert nur die echte Sonne, aber ist in Wirklichkeit winzig. Viel kleiner als die echte Sonne. Und sie befindet sich vor der echten Sonne, um diese zu verstärken in Perioden ihrer Verfinsterung. Rechts sehen wir zum Vergleich ein Bild der Sonne aus Ende März 2019. Aufgenommen von einer Wetterkamera in Kanada. Auch auf dieser Aufnahme war die Sonne noch viel größer. Sie hatte zu dieser Zeit noch ihre normale Größe. Wenn ihr die spektakulären Bilder der kanadischen und amerikanischen Wetterkameras nicht kennt, ich verlinke hier nochmal zu dem Kanal The Final Days, auf dem ihr Auswertung dieses Materials findet. Wir können also dramatische Veränderungen in der Größe der Sonne beobachten. Seid nicht getäuscht. Dies sind die deutlichen Zeichen der Endzeit des kurz bevorstehenden Zorngerichts Gottes, das über diese Erde kommen wird, in Form der Apokalypse, genauso wie es in den prophetischen Büchern der Bibel und im Buch der Offenbarung angekündigt ist. Gott wird seinen Zorn über allen Freveln der Menschen vom Himmel hereinbrechen lassen. Römer 1,18 Diese Zeit wird in der Bibel die große Trübsal genannt, in der Katastrophen unvorstellbaren Ausmaßes die Erde heimsuchen werden. Genau wie es zu der Zeit des Gerichts über Sodom und Gomorra war, als der Herr Feuer und brennenden Schwefel über Sodom und Gomorra ausgegossen hat. So wird auch das Gericht am Ende der Zeit über die ganze Erde kommen. Niemand möchte dabei sein, wenn Gott Gericht hält und den ganzen Zorn, den er über Jahrtausende zurückgehalten hat, mit einem Mal ausgießt. Die Bibel sagt, Gott ist zornig auf die Freveler an jedem Tag. Psalm 7,11 Das heißt, sein Zorn vergrößert sich mit jedem weiteren Tag, den die Menschen nicht nutzen, um von ihren bösen Wegen umzukehren. Die einzige Rettung vor diesem Gericht ist Jesus Christus, der alle unsere Sünden und auch die Strafe auf sich genommen hat, um uns vor dem Zorngericht zu retten. Am Ende des Videos findet ihr die Informationen zu den Schritten, die ihr ergreifen müsst, um gerettet zu werden. Lest sie euch gut durch und beeilt euch. Wenn ihr noch nicht Jesus als euren Herrn und Erlöser angenommen habt, lauft ihr ohne Sicherheit herum. Ihr springt bildhaft aus einem Flugzeug ohne Fallschirm. Die Rückkehr des Herrn steht kurz bevor und für niemanden ist der nächste Tag garantiert. Der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Keiner kennt die Stunde noch den Tag. 2. Petrus 3,11 Und Matthäus 24,36 Und wer bis dahin noch nicht Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, wird verloren gehen. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf die Aufnahme vom 29.05. Denn ich möchte euch noch etwas zeigen, was in der Sonne geschieht. Sie ist über den Tag des 29.05 hinweg schwächer geworden. Die Veränderung in der Farbe von nahezu weiß über trübgelblich bis nach bräunlich geht dabei mit ihrer Abschwächung einher. Ich betone, dass alle Aufnahmen mit der gleichen Kamera gemacht wurden und ich nichts an der Einstellung der Kamera verändert habe. Dies, was ihr seht, sind also keine Kameraeffekte. Es sind die wahren Veränderungen, die wir in der Sonne beobachten können. Und ich möchte außerdem betonen, dass der Himmel auf allen Aufnahmen wolkenlos war. Es war den ganzen Tag bis zum Abend strahlend blau. Auf der Aufnahme um 18.32 Uhr ist die Sonne nicht deshalb trüber und dunkler, weil es langsam dunkel wurde. Nein, zu diesem Zeitpunkt war es genauso strahlend hell wie über den ganzen Tag hinweg. Die Sonne geht in dieser Jahreszeit erst gegen 22 Uhr unter. Die Verfärbung ist also nicht normal. Sie ist nicht natürlich zu erklären. Ich sage das, bevor jetzt wieder YouTuber kommen und mir vorwerfen, das könnte ja gar nicht sein und das wären ja nur Verschwörungstheorien. Nein, es sind die tatsächlichen Veränderungen in der Sonne, die wir hier objektiv beobachten können. Und die, das muss man hier auch nochmal deutlich sagen, nicht normal sind. Sie sind nicht natürlich zu erklären. Denn unter normalen Umständen verändert sich die Größe der Sonne gar nicht. Wie sollte sie auch? Sie ist ein Feuerball und kein Luftballon, den man beliebig groß aufblasen kann. Was wir hier sehen, sind die Vorboten der Endzeit. Die Sonne verfinstert sich, wie es Jesus vorhergesagt hat. Und sie wird mit einer künstlichen Lichtquelle verstärkt, damit diese dramatische Veränderung nicht auffällt. Jetzt sagen vielleicht einige, aber wenn man das so leicht erkennen kann, müssten das doch schon andere gesehen haben. Und da muss man sagen, erstens haben das schon andere gesehen. Schaut zum Beispiel auf den Kanal The Final Days, den ich euch schon genannt habe. Und zweitens muss man sich klar machen, dass selbst viele bibeltreue Christen nichts von den biblischen Zeichen der Endzeit wissen wollen. Wie ich auch schon in den Kommentaren zu dem anderen Video gesehen habe. Wie sollen da erst nichtgläubige Menschen, die nie etwas von diesen Zeichen gehört haben, diese erkennen? Sie erkennen sie nicht. Hier haben wir noch eine Aufnahme vom 01.06.2019. Etwa 14 Uhr, also drei Tage später. Und wir können sehen, dass die Sonne wieder viel größer ist. Sie hatte an diesem Tag wieder ihre nahezu normale Größe. Und hier jetzt die nächste Aufnahme vom gleichen Tag, aber nachmittags um 15.35 Uhr. Die Größe der Sonne ist in etwa unverändert. Aber auch hier fällt auf, dass sie wieder so eine bräunliche Färbung hat. Und dass die Sonne irgendwie diesig und matschig wirkt. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie von etwas in ihrer Helligkeit limitiert wird. Die letzte Aufnahme hier von 15.35 Uhr zeigt auch eine weitere sehr ungewöhnliche Anomalie der Sonne. Die Sonne hat so einen bräunlich-gelben Ring. Dies ist ein weiteres Zeichen für ihre Abschwächung. Dann habe ich nochmal eine neue Aufnahme von heute, 12.06.2019. Etwa 17 Uhr. Und jetzt haltet euch fest. Seht ihr, wie die Sonne wieder geschrumpft ist. Sie ist winzig. Es ist nicht die echte Sonne, die wir dort sehen. Denn die echte Sonne ist niemals so winzig. Und sie kann sich niemals so dramatisch in ihrer Größe verändern. Oh, die Sonne ist ganz klein. Guck dir das an. Die Sonne ist minimal. Die Sonne ist winzig. Ist noch klein. Guck dir das an. Boah, die Sonne wird noch klein. Das ist praktisch da. Boah. Das ist praktisch da.